also meine zwei schweizer jungs zwei meter 33 aber das geile an der geschichte ist dann haben sie mit der zanderrute gefangen eine stunde drill gebissen hat er bei mir am grundstück direkt vor der füße zwei meter weg auf eine laube wo man siehe da man kann auch große fische mit leichtem material fangen was wichtig ist dass die rute aus dem hause spotix kommt dann funktioniert so geil jungs super gemacht